Ich habe das mal immer wieder in so Filmmusik gehört von einem wunderbaren Filmmusiker namens Gustavo Santaolala. Später habe ich herausgekriegt, was das für ein Instrument ist. Das ist eine Ron Rocco. Eigentlich kennt man Charango aus Südamerika, grob aus Bolivien, Chile, Dierke. Das ist sozusagen die Bariton-Version der Große Bruder. Es war schwierig an so einem Instrument dran zu kommen, bis ich einen Instrumentenbauer kennengelernt habe, den wunderbaren Paco del Mar, der mir dieses tolle Instrument gebaut hat. Und genau, spielen werde ich erstmal ein Stück eben von dem Santaolala. Das war so das Stück, das ich am Anfang entdeckt habe und irgendwann mal rausgehört habe. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Ja, das war ein Stück von dem wunderbaren Gustavo Santaolala Und natürlich habe ich irgendwann angefangen auch eigene Stücke mit dem Instrument zu entwickeln Da möchte ich euch ein kleines Stück vorspielen, also eine Eigenkomposition Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik